Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Manu, besser bekannt als Crypto Manu auf YouTube für alle, die neu auf diesem Kanal sind. Warum machen wir dieses Video? Es wurde sich sehr, sehr oft in Livestreams, aber auch in normalen Videos, beziehungsweise auch in der Community gewünscht, einfach mal so einen kleinen Beginnerguide zu machen für alle, die das Thema Trading interessiert, die neu im Thema Trading sind und die sich damit auseinandersetzen wollen. Und deswegen werden wir uns die nächsten vier Wochen damit beschäftigen. Wie fange ich an? Was ist wichtig vor allem, wenn ich mit dem Trading starten will? Dazu habe ich mir vier Themen rausgesucht. Heute ist es so dieser kleine, ja ich sag mal so dieser Grundlageneinstieg in das Thema Trading. Habe ich mir mal ein bisschen was zusammengeschrieben, beziehungsweise auf was kommt es an? Wie sollte man anfangen? Dann gehen wir die nächsten Wochen auf jeden Fall noch an. Wie setze ich überhaupt meinen ersten Trade? Was muss ich da beachten? Das Thema Mindset und natürlich Strategien. Welche Strategien gibt es? Und das werden wir uns die nächsten vier Wochen angucken. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten gerne einen Kommentar unten da lassen. Wenn ihr noch andere Vorschläge haben wollt oder was euch noch interessiert, einfach unten gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich das die nächsten drei, vier Wochen auf jeden Fall noch angehen. Und deswegen starten wir heute am ersten Advent damit, wie steige ich überhaupt in das ganze Thema überhaupt ein? Und mal ganz kurz zu meiner Story. Ich bin damals relativ blind in den Markt eingestiegen. Also ich habe ja damals begonnen beim Corona-Crash einzusteigen. War im Nachhinein wirklich top. Das waren ja Kurse von 3, 4, 5, 6.000 US-Dollar damals noch. Also für mich top. Aber ich habe gar keinen Plan dahinter gehabt. Ich bin wirklich blind in diesen Markt reingestiegen. Ohne Vorwissen. Wollte dann mich mehr damit auseinandersetzen. Und bin dann auf YouTube gelandet. Und dann kennt ihr es ja. Bitcoin geht to the moon und sowas. Darum soll es heute eigentlich nicht gehen. Es soll einfach mal so ein kleiner Beginn werden. Aus welchen Fehlern, die ich gemacht habe am Anfang, ihr vielleicht lernen könnt. Und darum geht es dann jetzt auch. Also wie fängt man denn am besten grundsätzlich mit dem Thema Trading an? Jeder sollte zumindest erst einmal Bitcoin gekauft haben. Oder irgendeine andere Kryptowirkung auf irgendwelchen Spot-Börsen. Dazu kommt auch nochmal ein extra Video, welche Börsen überhaupt noch sicher sind. Und so, das kommt dann an Nikolaus. Auch nochmal so eine kleine Überraschung. Ja, genau. Trading an sich ist ein hochkomplexes Thema, kann man schon sagen. 99 oder ich sag mal 90% der Trader verlieren in den ersten 90 Tagen 90% ihres Kapitals. Und den Spruch kann ich genauso aus eigener Erfahrung auch darlegen. Weil es bei mir genauso war. Ich bin damals, wie eben angesprochen, viel durch YouTube und sonstiges mit sehr, sehr hohen Hebel und sowas in den Markt reingekommen. Und das hat mich natürlich auch sehr, sehr schnell liquidiert damals. Also es war keine wirklich gute Erfahrung, wenn man dann sagt, okay, man geht hier mit 1000 Dollar, wir nehmen jetzt mal 1000 Dollar als Beispiel. Das ist so eine normale Richtmarke, sage ich mal. Für manche ist es zu viel, für manche zu wenig. Aber das ist, glaube ich, für den Beginn reichen 1000 Dollar oder auch 100 Dollar absolut aus für den Anfang. Ihr müsst keine riesen Vermögenswerte da reinsetzen, würde ich euch auch nicht empfehlen. Weil, wie gesagt, in den ersten 90 Tagen, was ich gerade gesagt habe, müsst ihr einfach damit rechnen. Und es ist noch kein Trader vom Himmel gefallen. Den Satz habe ich auch zu Leuten sehr, sehr oft geschrieben, aber dazu kommen wir irgendwann anders mal. Aber, ja, also kapitalmäßig am besten erst einmal sehr, sehr wenig einsetzen. Ihr werdet sowieso am Anfang verlieren, aber das gehört dazu. Daraus lernt man. Nur dürft ihr einfach nicht den Fehler machen, den ich damals begonnen habe. Und einfach sagen, ja gut, der Trade ist jetzt in die Hose gegangen, ich habe 100 Dollar verloren. Dann gehe ich halt das nächste Mal mit doppeltem Hebel rein. Das hat nichts mit Trading zu tun. Das ist einfach reines Gambling. Das hat nichts mit Trading zu tun. Gambeln und wieder sein anderes Kapital verzockt. Man muss da wirklich mit Plan rangehen. Ja, nachdem ich dann meine ersten paar hundert Dollar damals komplett verzockt habe, bin ich trotzdem dran geblieben. Und das ist auch so ein wichtiger Tipp. Bleibt einfach dran. Lasst euch nicht davon unterkriegen. Hört aber auch nicht auf irgendwie Moon-Geschrei oder sonstiges. Weil das nimmt euch, da kommen wir dann in einem anderen Video, Zwecksthema Mindset, nochmal anders drauf hin, sage ich jetzt einfach mal. Aber lasst euch nicht von Verlusten verunsichern. Es gehört dazu. Man lernt daraus, aber lernt auch wirklich daraus. Da kommen wir dann jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Aber wie habe ich dann begonnen? Und zwar, ich bin damals auch in verschiedenen Telegram-Gruppen gewesen. Wahl-Trade und sowas. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Top-Gruppe. Grüße gehen raus an Felix und dann die anderen. Und der hat mir dann auch damals gesagt, hey, oder vielen Neulingen, lest euch dieses Buch durch. Das große Buch der Markttechnik auf der Suche nach der Qualität im Trading. Ist wirklich ein Top-Buch. Ihr müsst es nicht neu kaufen. Ihr könnt es auch gebraucht kaufen. Ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ist auch kein Affiliate-Links oder sonstiges hier unten. Aber das war so, ich sage jetzt mal so, der richtige Beginn für mich. Also es war die erste Lektüre, die ich gelesen habe. Es gibt hunderttausende Bücher da draußen. Und ich habe auch ein, zwei Bücher gelesen. Aber ich muss sagen, da bin ich wirklich hängen geblieben. Es ist ein Brocken. Ich glaube, es hat 300 Seiten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, sich damit dann auseinanderzusetzen. Und da, finde ich, ist für jeden was dabei. Einfach mal so die Grundlagen. Wie funktioniert ein Markt? Auf was sollte man achten? Was sind Candlesticks? Es sind einfach wirklich diese kompletten Grundlagen, auf die man dann wirklich aufbauen kann. Weil damit beginnt es. Es geht um die Grundlagen. Ihr solltet es nicht. Euch einen Account auf irgendeiner Börse anlegen. Sofort 1000 Dollar einzahlen. Und dann mit einem 10er Hebel. Jo, gib mir. Auf geht's. 10x Long oder 10x Short. Macht einfach keinen Sinn. Weil nur in diesem Buch, beispielsweise. Es gibt noch andere Bücher. Also wie gesagt, es soll jetzt echt keine Werbung sein oder sowas. Aber in diesem Buch wird euch halt erklärt, wie funktioniert der Trend. Welcher Trend liegt vor. Und das sind eben die Grundlagen. Ihr könnt nicht, nur weil ihr YouTube-Videos seht, auch auf meinem Kanal, nur danach gehen. Hey, okay, er geht jetzt hier long. Ich gehe mit. Ohne Plan. Funktioniert das nicht. Man muss auch verstehen, warum geht er da long. Das ist eben das Wichtige an dem Ganzen. Man muss die Hintergründe verstehen. Und nicht nur sagen, okay, hier habt ihr jetzt das und das. Geht jetzt mal long mit dem um den Hebel. Und das bringt einfach nichts. Risk Management. Auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das gehen wir dann nochmal ein bisschen mehr. Dann, ja, gehen wir dann ein bisschen näher in den nächsten folgenden Videos dann auf jeden Fall ein. Aber das sind so alles Sachen. Das sind alles Grundlagen. Wenn ihr diese Grundlagen nicht drauf habt, dann bringt euch das nichts. Und das ist einfach das A und O, finde ich. Und deswegen starte ich auch deshalb genau mit sowas. Wenn ihr das durchgelesen habt, dann geht es an die nächsten Schritte. Weil dann könnt ihr euch beispielsweise, wir gehen das jetzt mal ein bisschen anders an, Trading View holen. Das Angebot gibt es wahrscheinlich nicht mehr, bevor das Video hier online ist. Ja, Trading View. An sich eine kostenlose Plattform, wo ihr Pattern und alles mögliche einzeichnen könnt. Ich zeige euch das ganz kurz mal hier. Compound einfach, der Chart müsste relativ leer sein. Da habt ihr wirklich alle Möglichkeiten erst einmal zu testen. Was meine ich mit testen? Ihr kauft euch jetzt nicht gleich die Pro-Variante und sonstiges, weil die werdet ihr wahrscheinlich am Anfang gar nicht brauchen. Ich habe auch nur die normale Pro-Variante, die kostet. Aber ich sage euch für den Anfang, um einfach mal ein bisschen Gefühl für den Markt zu bekommen, braucht ihr das meines Erachtens gar nicht eine höhere Version. Die ist for free. Ihr habt genug Indikatoren frei, wo ihr euch einfach mal ein bisschen ausprobieren könnt. Ihr kennt meine Indikatoren, die werde ich aber auch nochmal in dem nächsten Video dann nochmal ein bisschen ausführlicher mit Strategien, wenn wir da ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auch nochmal ein bisschen ausführlicher euch dann zeigen. Aber ihr braucht erst einmal nur die Free-Version. Da habt ihr genug Möglichkeiten hier bei TradingView und wenn euch dann doch wirklich mal die Free-Version nicht reichen sollte, dann könnt ihr immer noch einen kostenlosen Probe-Monat machen. Damit spart ihr dann auch noch Geld, weil ihr das dann im Sonderangebot von TradingView kriegt. Also nur so als kleiner Tipp von meiner Seite aus. Aber genau, also damit habt ihr dann alle Möglichkeiten, euch Sachen einzuzeichnen, wo ist Support und sowas. Und auch in diesem Moment würde ich euch noch nicht raten, hier mit Echtgeld ranzugehen. Echtgeld, klar, stärkt das Mindset, wie gesagt, da kommen wir dann in einem anderen Video nochmal drauf zu. Aber am Anfang geht es einfach darum, lernt die Grundlagen, kommt erstmal mit dem Chart zurecht. Was sind Candlesticks, was bedeuten die roten, was bedeuten die grünen Kerzen, warum bewegen die sich so, was bedeutet hier unten dieses Volumenprofil, der RSI und so. Setzt euch damit wirklich erst einmal auseinander. Das ist das A und O, das heißt, ihr lest das Buch, dann fangt ihr an mit TradingView ein bisschen rumzuspielen, da erstmal Erfahrung drin zu bekommen, damit ihr es wirklich selber lernt. Es bringt nichts, es ist wirklich so, egal, auch wenn ich jetzt selber YouTuber bin, nur die YouTube-Videos anzugucken. Wirklich Sachen auch hinterfragen, das ist das Wichtige. Ihr müsst verstehen, was macht der Trader da und wieso geht er genau da short, warum geht er da long, warum hat er da seinen Stop-Loss und das müsst ihr alles hinterfragen. Trading ist kein Ding, was ihr jetzt in ein, zwei Wochen könnt. Niemals. Ich habe wahrscheinlich ein Dreivierteljahr bis Jahr gebraucht, kommt wahrscheinlich sogar hin, um wirklich mal profitabel zu sein. Ich habe am Anfang wirklich viel verzockt, aber das sind die Sachen, wo ihr, wie gesagt, wie ich es gerade am Anfang gesagt habe, wirklich daraus lernt. Und wirklich mal euren Arsch hinsetzt, sagt man das so, egal, euch wirklich mal auf den Arsch setzt und wirklich das alles hinterfragt eben. Und wenn ihr dann mal erfolgreich seid, dann könnt ihr stolz auf euch sein. Weil wie gesagt, 90% der Trader bleiben wahrscheinlich auch negativ. Und das ist auch sowas, was mich ein bisschen auch an diesem ganzen YouTube-Business ein bisschen auch stört, weil es einfach zu einfach erklärt wird. Und es ist halt einfach nicht einfach. Dahinter steckt jahrelange Arbeit, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich in den letzten zwei Jahren, seit ich, wir sind sogar schon bald drei Jahre, Zeit da reingesteckt habe. Zeit, Arbeit, Lernen, alles mögliche, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, nur um wirklich mal profitabel zu sein. Es ist nicht einfach und der größte Teil verliert. Aber ich glaube auch der größte Teil, weil er einfach mit so hohen Hebel und Sonstiges reingeht. Und das ist glaube ich so dieses Hauptproblem, weil es auch zu einfach dargestellt wird. Deswegen versuche ich euch hiermit einen kleinen Start reinzugeben, dass ihr anders beginnt, als ich es damals gemacht habe und vielleicht auch 90% aller anderen damit beginnt. Weil viele gehen halt dann, die traden nur nach Signalen, das bringt nichts. Ihr lernt daraus nichts. Ihr tradet die Signale und sagt, okay, ihr seid erfolgreich, ich bin erfolgreicher Trader. So ist es aber nicht. Klar, ihr könnt Signale nachtraden, aber versteht den Sinn dahinter. Und das war eben mein Fehler damals. Signalgruppen, nichts gelernt, einfach so blind drauf los, jammern wird ja von heute auf morgen reich. Und dann habt ihr noch das Problem, ihr seid in einem Bullenmarkt. So, und wenn ihr in einem Bullenmarkt seid, dann habt ihr gar kein Gefühl, wie es in einem Bärenmarkt ist. Für mich ist das jetzt auch persönlich mein erster Bärenmarkt. Gut, ich bin damals beim Corona-Crash eingestiegen, hatte vielleicht noch ein bisschen Bärenmarkt-Attitüden da drin, wenn man das so sagen darf. Aber wenn ihr jetzt, wie wir jetzt momentan in einem Bärenmarkt sind, wenn ihr in einem Bärenmarkt anfangt zu traden, beziehungsweise es zu lernen und euch wirklich dran setzt, habt ihr enorme Vorteile in einem Bullenmarkt und den darauf folgenden Bärenmarkt wieder. Weil es gibt diese Zyklen in Krypto, die gibt es in Aktienmärkten, es ist überall das gleiche Bild. Aber man muss oder man sollte immer mal einen Bärenmarkt mitgemacht haben. Und wenn ihr jetzt im Bärenmarkt die Kraft dazu habt und die Lust, euch da ranzusetzen und jetzt vor allem im Winter, hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, hockt mal ein bisschen da rum und wirklich euch dran setzt, könnt ihr es wirklich, sage ich mal, in einem halben, dreiviertel Jahr auch zu einem profitablen, erfolgreich kann man auch sagen, aber ich sage eher zum profitablen Trader machen. Es ist egal, wie viel Einsatz ihr macht, darauf kommt es wirklich nicht an. Aber es sind einfach die Grundstücke. Wenn ihr euch dann Trading 4 runtergeladen habt, würde ich einfach mal mit den Grundlagen anfangen. Und das sind die Chartmuster, also Chartpattern, Chartmuster, wie erkenne ich sie, was gibt es überhaupt für welche. Wir haben euch bei Kryptoguru hier schon vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, habe ich das mal so grob zusammengeschrieben. Aber, das kann ich jetzt auch schon mal dazu sagen, es wird jetzt vom 1. bis 24. Dezember, so als kleiner Adventskalender von meiner Seite aus, habe ich 24 Shorts gedreht oder ein bisschen weniger, gut, weil immer noch die extra Videos dann eben halt kommen, also ungefähr 18 bis 20 Shorts gedreht, wo dann täglich auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok jeden Tag ein Chartpattern erklärt wird. Auf was kommt es an, wie sollte man es traden und was sind so die Charaktereigenschaften. Aber trotzdem, ich werde euch den Link hier schon mal in die Videobeschreibung reinpacken. Das sind die Grundlagen. Lernt daraus. Das ist wirklich das A und O, erst einmal Chartpattern auch zu verstehen. Warum tradet jeder nach einem W? Was hat ein W überhaupt zu bedeuten? Und das, wenn ihr das drauf habt, habt ihr schon mal einen riesen Schritt gemacht. Auch wenn ich persönlich kein Chartpatternfreund bin, weil man die Chartpattern auch anders traden kann. Aber es ist für den Einstieg, finde ich, nicht verkehrt. Aber es geht halt auch um die Grundlagen. Was steckt dahinter? Und da, das ist einfach Übung. Das ist wirklich Übung. Ihr müsst euch da rantasten. Deshalb Trading View, dann könnt ihr auch mal ein bisschen so gucken. Okay, wo habe ich jetzt zum Beispiel ein M? Wie hat sich das ausgespielt? Passt das vom Preistil? Warum hat der Kurs genau hier gedreht? Da gibt es ja verschiedene. Auch hier so ein kleines Doppeltop mit dem Volumen und so. Aber da kommen wir wirklich weiter in der nächsten Adventszeit, dann wirklich mal näher drauf zu sprechen. Es geht hier rein um die Grundlagen. Wie beginne ich? Was ist vor allem für den Anfang wichtig? Und den Rest schauen wir uns dann die nächsten drei, vier Wochen auf jeden Fall an. Wenn ihr das dann auch schon runtergeladen habt, sage ich mal Trading View, dann geht es natürlich auch an die Börse. Das heißt, eine Börse suchen. Nach der ganzen FTX-Sache ist es eine schwierigere Sache. Wie gesagt, es kommt nochmal ein anderes Video am 6.12., also an Nikolaus, wo ich euch nochmal sage, welche Börsen sind sie momentan überhaupt sicher? Wo könnt ihr traden? Aber darum geht es mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Es geht eher darum, es gibt ja Börsen, die haben Echtgeldkonten, die haben Demokonten. Und ich finde, auch wenn ich immer zu Anfang immer gesagt habe, okay, Demokonto bringt nichts, weil es euer Mindset nicht stärkt, ist es aber, glaube ich, für den Anfang nicht verkehrt. Also ich habe da nochmal meine Meinung ein bisschen überdacht und es gibt genug Börsen, auch hier erstmal keine Werbung. BingX zum Beispiel, habt ihr die Möglichkeit mit Demogeld zu traden. Das heißt, ihr habt das Buch gelesen, ihr habt euch Trading View geholt, ihr habt euch in die Chartpattern eingelesen, erst einmal. Und dann könnt ihr zumindest mal probieren, nebenbei auf BingX, ich weiß nicht, ich glaube, Femex gibt es auch noch Demogeld oder ein Demokonto, sage ich jetzt einfach mal. Und damit mal ein Gefühl zu kriegen, wie trade ich überhaupt? Überhaupt, aber wie gesagt, das werden wir dann in den nächsten Videos auch nochmal angehen. Wie setze ich überhaupt einen Trade? Aber es ist vielleicht nicht verkehrt, auf eine Börse zu gehen, die einerseits schon ihre Reserven offengelegt hat. Das heißt, dass hier eure Kundengelder geschützt sind, nicht so wie bei FTX. Aber auch eine Börse, die euch vielleicht ein Demokonto macht, beziehungsweise wo ihr ein Gefühl dafür kriegt. Aber auch hier gilt, ihr habt hier die Möglichkeit, ich glaube, bei BingX habt ihr 100.000 VST. Okay, das sind umgerechnet, ich sage jetzt mal 100.000 Euro, würde ich euch aber nicht empfehlen. Und zwar hat es den Aspekt, ihr wisst, dass es Demogeld ist, versucht aber ein bisschen zu denken, dass es Echtgeld ist. Und dann würde ich euch raten, wirklich nicht mit 1.000, vielleicht mit 100 Dollar erst einmal auch mit Demogeld zu traden und nicht zu verzocken. Denkt euch, es ist wirklich echtes Geld, damit ihr auch vom Kopf her ein bisschen stärker werdet. Aber auch hier, Ratschlag, wir gehen nochmal ein extra Thema Mindset, Kopf und sowas, alles mögliche an in den nächsten Videos. Aber das kann ich euch einfach nur empfehlen. Dann seid ihr, sage ich mal, ziemlich kostenlos, gutes Buch kostet Geld, aber das sind gute Investitionen. Wenn ihr das Thema wirklich ernst angehen wollt, dann geht auch so diesen Schritt. Holt euch, wie gesagt, erster Schritt, das Buch. Lest es, verinnerlicht es, schaut es euch immer wieder an. Es gibt da auch noch einen zweiten Teil mit das Arbeitsbuch der Markttechnik, wo ihr das nochmal alles angucken könnt. Aber gut, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber wie gesagt, lest dieses Buch, 300 Seiten oder 200, ich weiß es gar nicht, wie viel das ist. Oh, da steht sogar 700 Seiten. Es ist ein dicker Brocken, aber es lohnt sich wirklich. Und dann tastet euch langsam mal rein. Trading View, lernt die Chartmuster, sucht euch eben eine Börse mit Demogeld zum Beispiel und fangt an, aktiv danach zu handeln. Zumindest ein Gefühl zu bekommen. Und dann ist der nächste Schritt, Echtgeld, Strategie, sich beiseite suchen, Mindset. Das sind wirklich die Sachen, die wir jetzt in den nächsten Wochen angehen, die ich euch weiterhin veranschaulichen will. Dieses Video war jetzt einfach nur mal ein Beginn. Wie fängt jeder von Null auf an? Was ist wichtig? Auf was kommt es an? Was müsst ihr euch vorbereiten? Wie viele Stunden? Wenn ihr da jede Woche oder jeden Tag vielleicht nur eine Stunde reinsetzt, ist das vielleicht auch für euch ausreichend. Ich habe damals vielleicht ein bisschen übertrieben, war dann, beziehungsweise habe ich ein bisschen untertrieben. Ich war nämlich eher so auf der Seite, ich muss da nicht viel Zeit investieren, das geht alles ganz flott. Da einen Trade setzen, hier einen Trade setzen, Minus wieder liquidiert, mach mal einen doppelten Hebel. Und da möchte ich ein bisschen, dass ihr aus meinen Erfahrungen von früher, also vor zweieinhalb Jahren, zwei, drei Jahren, ein bisschen lernt, damit ihr eben diesen Fehler nicht macht. Ohne hier extrem auf Hype und so, es ist easy zu traden, es ist es nicht. Es ist nicht einfach. Also wenn ihr diesen Schritt gehen wollt, müsst ihr euch auch mit Rückschlägen auseinandersetzen, aber auch am Ball bleiben. Und deswegen der erste Step, Buch lesen, dann Trading View und sonst holen. Nicht die Pro-Variante erst einmal, das reicht. Chart-Pattern lernen und dann die Börse suchen. Das sollte es erst einmal für die erste Lektion, sage ich jetzt, erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch so gefallen. Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein, auch für alle Neuen, die jetzt dieses Video sehen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, damit ich das für das nächste Video vielleicht schon mal mit einbringen kann. Aber damit seid ihr, glaube ich, schon mal eine gute Woche versorgt, euch damit auseinanderzusetzen, einfach damit ihr einen Start habt. Und so soll es nämlich sein, die nächsten vier Wochen. Und wie gesagt, Nikolaus kommt dann, also am 6.12. kommt dann noch der Börsenvergleich. Also welche Börsen haben schon offengelegt, welche Börsen sind sicher, für was sind die sicher. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag dann wieder zum nächsten Video. Muss mal schauen, was wir jetzt angehen. Und vielleicht, entweder machen wir Mindset, Strategie, aber ich glaube eher Strategie ist der nächste Step, damit man erstmal Strategien und sowas ausarbeiten kann. Dann können wir die Börse angehen. Und dann zum Schluss machen wir Mindset. Weil das ist für mich persönlich sogar eines der wichtigsten Themen, damit ihr erfolgreich am Markt seid und euch nicht beeinflussen lässt. Das war es von mir. Mein Name ist Manu. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.